die flackern also die das sind mehr pilze hier sind nur ein paar pilze schon wieder man diesmal nur drei na komm dann mach ich einfach mal das hier mist das war ja schlecht reicht das das reicht okay die haben nur fünf verstehe mist man nicht treffe nie den richtigen zeitpunkt jetzt so na los stirb ha und stirb so und jetzt noch die letzten man treffe echt nicht den richtigen zeitpunkt einfach wo ich mach mal ähm ich glaube eine erfrischung ist eigentlich ganz hilfreich andererseits mache ich beim nächsten kampf dann mache ich mal hammer gut und stirb gut ok hammer sechs sternpunkte bekommen das ist natürlich auch sehr toll aber bringt mir jetzt recht wenig ein herz das ist das ist sehr gut hier sind überall nur drei pilze hier sind viel mehr pilze ich nehme einfach mal diesen weg boah hier vielleicht warte bin ich denn jetzt höh die fallen ab okay ach ne schon wieder fassies oh man ähm folgendes einmal erfrischung auf mario ganz wichtig und dann machen wir da mal den power links würde ich schon fast sagen warte mal machen wir mal den powerpanzer genau so sind die fassies jetzt? nee ah da haben wir es das haben wir geschafft man das kriege ich einfach nicht hin ach Mist okay halt tauschen und zwar powerpanzer auf alle ja ich weiß dass ich vorsichtig sein muss was soll ich denn machen liebe spiel so jetzt nehmen die fassies noch na toll ähm naja egal hat gereicht so Mist man das geht auch nie warte mal hab ich eigentlich was was mich stellt ein kp wieder her das ist natürlich sehr schön aber das bringt mir nicht nicht viel ich mach mal folgendes halt fokus auf mario und dann genau und jetzt äh Sternenergie lädt sich ein wenig auf das ist schön und jetzt machen wir mal einen ganz normalen Panzerstoß so das sollte passen genau jetzt müsste er tot sein ha okay zwölf Sternpunkte und ich brauch dringend mal ein wenig Heilung verdammt oh Heilung 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 wow nicht so viel leider also die sind abgefallen hier die die fallen auch ab oh nein okay die fallen alle ab ich geh mal an ich geh mal die andere Richtung ich nehm mal den anderen Weg in der Hoffnung dass diese Pflanze da nicht ist scheiße warte mal kann ich nicht ha Ersterangriff erfolgreich yeah ah nur eine Pflanze gut okay nehmen wir mal den Hammer hier drauf so jetzt müsste die tot sein japp gut und lass mich überlegen brauche ich einen Powerpanzer eigentlich nicht oder doch ich nehm mal den Powerpanzer so ich werde jetzt vermehren die sich bestimmt oder Mist man wann ist denn da der richtige Zeitpunkt ah der war's okay keine Ahnung wie man das erkennen soll es tut mir leid das weiß ich echt nicht so du bist tot und der andere auch gleich warte mit dem normalen Panzerstoß so tot ha ja yeah sechs Sternpunkte ach schön Feuerblume Angriffskraft gegen alle Gegner oh ein Herz ein Herz ein Herz ganz wichtig so die fallen nicht ab okay gut dann gehe ich mal hier weiter wo bin ich jetzt wo bin ich jetzt wo bin ich denn jetzt was ist das die sind Pilze oh nein 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 scheiße schon wieder so ein Fuzzy Mann Mist okay folgendes ich nehme mal den Fokus auf jeden Fall ich könnte was gebrauchen was mich wieder herstellt verdammt Sternenergie lädt sich ein wenig auf und hier mal Multirempler okay warte oh das hat geklappt gut nicht bei allen aber bei fast allen ha 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 und jetzt folgendes äh Moment Erfrischung auf Mario so ja das ist ganz gut so und jetzt machen wir mal den Powerpanzer auf alle Gegner so wunderbar ha hat ja auch geklappt und jetzt machen wir einmal mal Fokus so okay und jetzt machen wir noch okay lädt sich wieder ein bisschen auf das ist toll und ein Powerpanzer auf alle Gegner so jetzt müssten die eigentlich alle tot sein jep ha wunderbar 12 Sternpunkte habe ich beide Level ab das ist ja krass okay wunderbar und ein Herz oh 11 habe ich wieder nein schon wieder so ein Fuzzy Mist au ein Schild ein Schild ein Schild Mist verdammt ich bin hier im Kampf okay folgendes warte ich mache mal ein Powerpanzer auf jeden Fall so gut alle getroffen und jetzt möchte ich mal gerne Erfrischung auf Mario nochmal machen so und dann noch meinen Powerpanzer gleich nachdem ich erfrischt bin erfrischt worden bin so komm schon äh nein Mist Mann ha ha okay düm düm ha okay und jetzt einmal Fokus auf Mario genau also ist ja eigentlich nicht direkt auf Mario naja so und jetzt möchte ich nochmal bitte einen Powerpanzer genau yeah und alle getroffen juhu ach die ersten leben ja noch weil die sich geheilt haben Mist okay mache ich mal folgendes einmal Hammer ganz normal hier drauf ha du bist tot so und ich hab gleich Level Up krass und nochmal einen Panzerstoß so gut yeah Level Up yeah Level Up Level Up ähm ehrlich gesagt würde ich gerne die KP erhöhen sind die jetzt wieder voll nein das wollte ich nicht ja die sind voll gut warte hier ist ein Schild hast du etwas im Buch ums Villa zu erledigen dann hier entlang gut dann gehe ich mal hier entlang oh ewige Katzinen oder auch nicht oh da kann ich mich oh da kann ich speichern das ist gut so ist wieder irgendwas auf dem Boden was ist denn das oh sieht so aus als hätten wir es endlich geschafft aus diesem spukenden Wald herauszufinden hey Mario wetten dass DC die Villa ist von der der alte Boohoo gesprochen hat ähm das kann gut sein okay ich bin ja voll aufgeladen ich werde jetzt einfach mal speichern würde ich sagen warte willkommen sehr verehrte Dame sehr verehrte Herren Dame ich bin erfreut zu sehen dass sie durch den Nimmernimmerwald gefunden haben meine Herren erwartet sie im höchsten Zimmer dieser wunderschönen Villa das ist schön aber ich muss erstmal eine Aufnahmepause machen bitte gehen sie in den zweiten Stock dort werden sie alle Neuigkeiten über die hohen Sterne erfahren so ich werde sie dort erwarten gut jo ne dann würde ich sagen ich mach jetzt erstmal eine Aufnahmepause im Moment speichern ja so also wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich das werde ich wahrscheinlich mit der nächsten Folge zusammenschneiden also dann bis gleich tschöö so da bin ich doch schon wieder vor Boohoo's Villa oder nur Boohoo's Villa keine Ahnung weiß ich jetzt auch nicht genau hatte ich mich schon aufgefrischt ich tue es einfach nochmal kann ja nicht schaden und ja weiter geht es jetzt also inzwischen ist der Tag vergangen seit ich die letzte Aufnahme beendet habe aber naja so Boohoo's Villa oh gucke mal was ist das denn hier ach hör auf na sowas ein geheimes zimmer hallo ich steige auf dem Sessel und gleich finde ich ein geheimes zimmer natürlich kann ich irgendwie loslassen lass los ähm oh warte mal ähm ich glaube da komme ich noch nicht so einfach rein ähm auch nicht schlecht faszinierend äh ein Geist hier war doch irgendwas ich erinnere mich ach genau haha aber irgendwie komme ich hier nicht weiter. Hört sich an wie so eine Münze. Wie wenn man so eine Münze rausholt auf so einen Block. Also wenn man gegen einen Block springt. In den alten Mario Teilen. Boah ist das alt. Diese 8 Bit Musik. Naja. Ähm. Ich gehe mal nach oben. Ich finde es ja lustig, dass die Treppen haben, wo man wo man springen muss. Naja. Kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Was haben wir denn hier? Ein Raum. Ho, ho, ho. Ein Geist. Der steht Sven ein. Mir ist so lahahangweilig. Ich weiß, Lady Boo hat mir befohlen, hier zu bleiben. Aber für wie lange noch? Also die Truhe kann ich nicht öffnen. Da ist bestimmt ein nützliches Item drin. Ein Plattenspieler? Was die alles haben? Warte mal. Ein Grammophon. Es wäre schön, wenn du eine Platte dabei hättest. Was? Ich? Ach, die haben keine Platte. Na toll. Tja, da werde ich mal den befreundeten DJ einfach mal fragen, ob der nicht was hat. Mal sehen. Hier drüben ist er bestimmt. Ich habe keine Ahnung. So, mal sehen. Was ist denn hier? Ein Bett. Eine obligatorische Uhr. Mit Pendeln natürlich. Ein Schrank. Oh. Aua. Aua. Du Arsch. Blöder Schrank. Ähm. Mario, da bist du ja. Wenn du diese Schallplatte haben willst, musst du erraten, wer sie hat. Okay. Ähm, warte. Lady Boo wird sehr böse, wenn wir es ihm zu einfach machen. Gebt euer Bestes, so wie wir es geübt haben. Mhm. Der hat sie jetzt. Der hat sie jetzt. Der immer noch. Na, la, 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 la. Ich kann gar nicht oben lesen. Ich muss drauf achten, wer das ist. Es tut mir leid. So. Äh. Was soll ich machen? Nein. Äh. Ich muss nicht auf den Kopf springen. Ja, sorry. War falsch. Weiß ich selber. Woher ich... Hätte ich eigentlich erst den anderen getroffen, aber offensichtlich muss ich den auf den Kopf springen. Ne, die Boo wird zu... Blablabla. Ja, wenn wir es zu einfach machen, okay. Gut, sagt mir doch mal einer, dass man dem auf den Kopf springen muss. Sagt einem ja auch keiner. Pfe. Ich hätte ja sogar den richtigen. Da bin ich dem falschen auf den Kopf gesprungen aus Versehen. So, okay. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, der ist es. Ich kann das da oben nicht lesen. Ich muss mich drauf konzentrieren, wer das ist. Hallo? Na, also. Geht doch. So. Nein, Boo-hoo. Du, du hast es erraten. Na gut, dann nimm sie. Oh, Boo-hoo. Lady Boo will uns unsere transparenten Hintern versohlen. Na toll. Eine Schallplatte. Wow. Yeah, eine Schallplatte. Boah, ich bin müde. Ich weiß auch gar nicht warum. Und das um kurz vor drei. Aber ich nehm schon wieder so spät auf, ne? Unglaublich. Äh, hier ist ein Grammophon. Ein Grammophon. Ich hab jetzt eine Schallplatte dabei. Ich möchte die Schallplatte einsetzen. Drücke A, um die Platte zu spielen. Triff den Rhythmus. Drücke nicht zu schnell oder zu langsam. Drückst du B, hör die Musik wieder auf. Okay. Duh, dü, dü, dü. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö leise ist wie lange soll ich das machen Ah, ich kann die Truhe öffnen Yeah Ein Gewicht, ausgezeichnet Yeah Oh nein Nidibu gab mir den Auftrag, diese Schatztruhe zu bewachen Sie wird mich bestrafen, wenn sie das herausfindet Oh, nun, vielleicht habe ich ja Glück Du kommst ohnehin nicht weiter, wenn du nicht weißt, wie man dieses Gewicht verwenden muss Ich weiß, wo ich es verwenden muss Aber wie kann ich das benutzen? Na ja, mal sehen Vielleicht ist Mario ja so schlau und macht das von selber Ich vermute schon fast nicht Hm Schauen wir mal Wenn ich jetzt Könntest du jetzt bitte das Gewicht dranhängen? Das wäre toll Ich glaube nicht, dass das möglich ist Nein Ah, verdammt Jetzt habe ich es gerade aus Versehen weggeklickt Wie blöd Jetzt wollte ich die ganze Zeit das Menü öffnen Und nun habe ich es Jetzt hat es sich geöffnet und ich habe es weggeklickt Das ist so scheiße Mann Nervig Ja, ja, ist ja gut Hör auf zu pendeln Gewicht So Mann, Mann, Mann Heute ist irgendwie so die Fail-Aufnahme, glaube ich Naja Nein, ich mache es aber auch nicht so die Fail-Aufnahme, glaube ich